4 Dinge, die du auf deiner nächsten Kreuzfahrt nicht machen solltest, Part 3. Nummer 1, vermeidet das Essen im Pool, denn das ist nicht nur unhygienisch, sondern es stört auch andere Gäste. Nummer 2, das deutscheste Phänomen, reserviert bitte nicht die Liegen mit euren Handtüchern. Nummer 3, achtet auf euren Lärm, egal ob auf Kabine oder in öffentlichen Bereichen, weil es kann sehr viele Leute stören. Und Nummer 4, seid höflich zu dem Personal, denn das arbeitet 7 Tage die Woche und sehr sehr hart. Und da ist es sehr respektvoll, nett zu bleiben.